Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei GOP finden Sie eine grosse Auswahl an Qualitätsprodukten, die Ihnen das Kochen besonders erleichtern. Ja, und das schätzen wir ja in der Festzeit. Zum Beispiel die Gala-Frisch-Eier-Teigwaren. Und hier sparen Sie ganz besonders. Die Gala-Frisch-Eier-Teigwaren kommen Sie diese Woche besonders günstig über. Die Gala-Chinesischen Nudeln und die Gala-Spaghetti. Ja, apropos Spaghetti. Probieren Sie doch einmal die vorzüglichen Gala-Spaghetti von GOP mal anders, nämlich als Gratin. Das Rezept von dem ausgezeichneten Spaghetti Gratin können Sie morgen in der GOP-Zeitung hineinlesen. Die Gala-Frisch-Eier-Teigwaren von GOP sind natürlich von einer ganz besonderen Qualität. Denn bei der Herstellung wird nur das beste und das reinste Hartweizengriss verwendet und viele Eier. Stellen Sie sich einmal vor, für eine Tagesproduktion Gala-Teigwaren braucht es über 100'000 Eier. Aber auch für Abwechslung ist natürlich gesorgt bei den Gala-Frisch-Eier-Teigwaren. Schauen Sie einmal die verschiedenen Formen. Bei den Gala-Frisch-Eier-Teigwaren sind Sie natürlich bestens über das Datum informiert, wie Sie das ja von GOP gewohnt sind. Das GOP InfoSignet gibt Ihnen das genaue Verbrauchsdatum und erleichtert zu Hause Vorratskontrolle. Eine Bereicherung für jedes Gericht, das ist die Hero Gemüseplatte in der Gourmet-Qualität. Das bedeutet also gartefrisches und zartes Gemüse. Oder dann das Pilzgericht mit sieben ausgesuchten Pilzsorten. Übrigens, haben Sie Ihren Konservenvorrat für die Festzeit schon überprüft? Mit dieser GOP-Grossaktion können Sie es besonders günstig ergänzen. Sechs Aktionsangebote Gemüse- und Fruchtkonserven unter den bekannten Marken Midi und Mondial zu massiv abgesetzter Preis. Achtet Sie auf die Plakate an GOP Schaufenster. Und jetzt laden Sie ein zu ein paar kulinarischen Köstlichkeiten. Papaya, Passionsfrüchte, Granatöpfel, Melonen, Kiwi, Tatteln, Ananas, Avocados. Sie sehen also GOP hat eine grosse Auswahl an exotischen Früchten für Sie parat. Und eine ganz besondere Köstlichkeit und Delikatesse ist Avocado unter der Qualitätsmarke Carmel. Die Zubereitung ist ganz einfach. Kurz vor dem Servieren, schneiden Sie das Fruchtfleisch der Avocados der Länge nach einschneiden. Bis zum Kern. So. Und dann die beiden Hälften vorsichtig gegeneinander drehen. Der Kern löst sich, den kann man dann mit dem Löffel rausnehmen. Und jetzt kann man die Avocados-Hälfte marinieren mit ein wenig Zitronensaft. Mit Salz. Und noch ein wenig Pfeffer darüber. Die Schale, die bleibt zum Schutz dran. Ja, und jetzt kann man die Avocados mit allerlei lustigen Sachen auffüllen. Mit Gemüsesalat, Bouletsalat, Fleischsalat und so weiter. Und im Nu haben Sie eine herrliche Vorspeise. Machen Sie doch auch eine neue Entdeckung für Ihre Festmenü. Exotische Früchte von Gobe. Avocados, Kiwi, Ananas und noch viele mehr hat Gobe für Sie geholt. Greif nicht in der tropischen Sonne von Afrika und Südamerika. Ja, und für das Dessert haben wir Ihnen noch zwei ganz spezielle Tippe. Für den Käseliebhaber, den Bär Camembert, der auf keinerer Käseplatte natürlich fehlen darf. Und zum schwarzen Kaffee eine Biscuitspezialität von Hug, Nussherzli. So, und wenn Sie ein paar Anregungen mitnehmen können, würde das uns freuen. Ja, und jetzt sagen wir auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Ja, und jetzt achten Sie noch auf die aktuellen Gobe-Angebote. Nachtwäsche für die ganze Familie gibt es jetzt besonders günstig. Damenachthemper für nur 19 Franken. Das Heerenpyjama nur 25. und Kindeskindress zwischen 14 und 19 Franken, je nach Grösse. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Gobe ein Kilo Glas ausländischer Bienenhonig Flora Miel statt 5 Franken nur 24. Bei allen Gobe-Joghurten an 180 Gramm sparen Sie jetzt 10 Rappen. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag zwei Pack Galaspagetti statt 3 10 nur 2 10 und ein Beutel chinesische Nüderli statt 1 85 nur 1 40. Und als aktueller Preisschlager Heerenlibri oder Heereslib aus Rainer Baumwulle kostet jetzt je nach Grösse 94 oder 55. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.